Sanctaria 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 Und ich war in meinen Augen nie zur Schüchternheit, nicht saugen, was du halten wirst, was du versprichst. Und ich war in meinen Augen nie zur Schüchternheit. Und ich war in meinen Augen nie zur Schüchternheit, und ich war in meinen Augen nie zur Schüchternheit, André, auch hier! Meine Verlangen, dich zu schüren, deine Lärme, deine Mühe, denn die Sehne kann mir auch ein Leben mit dir. Du bist die Frau, die wir sind, die wir zählen, stellst du dich verschenkst. Du bist die Frau, die ich verschenkst, was man die Höhle für uns soll. Du bist die Lärmung, ich atme, du brenn eine Haut. Und hier, ich hab deine Sätze, sind mir zu vertraut. Du wirst mich sagen, dass ich die Frau so zerspieg. Dann mit dir, ich hab deine Sätze, das ist die Frau,brenner muss ich... Untertitelung des ZDF, 2020 KONIEC Ja, ich soll mich das. Sie hat erkannt aus, das ist schon gleich schön. Sie hat sich alle erkannt. Andrea Berg-Ulberg, präsentiert von der Latina. Vielen Dank. Und von Kaisers von Martin, von Fiedermann. Jetzt muss ich was ausmachen. Vor kurzem frag mich er und sag er. Äh, du wirst mit Leber los. Martin, du wirst zu. Ich bin gespannt. Ich sag er, heute haben wir in den Autos mein Geld gehabt. Sie sitzt im Auto. So, geh. Gehen Sie bitte hoch. Der Sint Schlager beim Auto fahren. Danke, Martin. Danke, Martin.